Wir wollen unseren nächsten Komet, der liegt hier so einsam und alleine, verleihen. Was sonst? Ja, und zwar einen besten Act international. Genau, und da haben wir uns eine deutsche Band als Preisverleiher eingeladen, die vor allem international richtig abräumen und vor allem in Amerika richtig big sind. Hier sind Till und Paul von Rammstein! Hallo, hallo, Till an mein Herz. Nein, ich glaube es qualmt ein bisschen. Das war ganz schön laut, du hast nur deine Hose. Schwefelgeruch. Boah, das finde ich aber richtig klasse. Sehr sexy, Till. Ist das bei dir immer so? Noch nicht aufmachen, warte mal. Moment, 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 noch nicht aufmachen. Till, in Amerika, bevor du jetzt in die Luft fliegst, ganz schnell die Frage beantworten, Ihr wart im Knast? Ja, wir haben das ja gemacht wie Harald Schmidt vorhin so. Yeah! Auf der Bühne, dafür wird man verhafteter. Alright, jetzt raucht es ja auch noch nicht mehr ganz so doll. Was passiert jetzt? Fickt er jetzt in die Luft? Nö. Ne, wir machen jetzt die nächste Platte. Ihr macht die nächste Platte und vor allen Dingen müsst ihr jetzt ein bisschen bei uns arbeiten. Okay, ähm. Dann würde ich sagen, ran damit. Die Nominierten sind... Die Nominierten sind... Oh, wir können auch mal auf das Spiel... Ja! Falanck, die Kamera. So, der beste internationale Stաjudel ist... La 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 la... Offspring! La 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 la... Hohoooo! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh wow, das ist so awesome. I guess we should thank somebody. We'd like to thank our label Sony. But most of all, we'd like to thank you guys, the people that are into the music, because that's really why we're doing it. Thanks you guys, thanks a lot. The UpSpring on Einstein! Alright, The UpSpring. Huge buzz. Danke! Oh God!